Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geek Talk Daily. Heute mal was ganz Spezielles, deshalb auch guten Abend und nicht guten Morgen von mir. Apple hatte eine Keynote heute Abend, hat unter anderem neue iPhone-Modelle vorgestellt und noch einiges mehr. Und darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Für all diejenigen, die nicht im Apple-Ökosystem zu Hause sind, keine News dazu haben möchten und es überhaupt nicht interessiert, skippt die aktuelle Folge einfach durch. Um morgens um vier kommt die nächste Geek Talk Daily ganz normal mit den ganzen News aus der Tech-Welt. Heute gab es nicht ganz so viel, aber zumindest es kommt eine ganz normale Folge heute. Und wie gesagt, jetzt geht es einzig und rum um das Apple-Event. Heute Abend haben sie, wie gesagt, einiges neue Hardware vorgestellt und die möchte ich doch ganz kurz mit euch durchgehen. Ich komme gleich zu den neuen iPhone-Modellen. Die haben neue Namen erhalten, neue Prozessoren verpasst bekommen und natürlich auch bei der Kamera hat Apple wieder mal ein bisschen was rumgeschraubt. Und ja, was haben wir? Beim iPhone 11 kommt ein A13-Bionic-Chipsatz zum Einsatz, hat 4 GB RAM. Beim iPhone Pro und beim Pro Max und somit habt ihr auch die drei Namen der drei Modelle, kommen jeweils 6 GB RAM mit rein. Das ist das erste Mal, dass Apple, zumindest soweit ich es noch im Kopf habe, über die RAM spricht, die sie verbauen oder die Grösse der RAM-Module spricht. Somit, wie ihr sehen könnt, gibt es das erste Mal ein Pro-Version und das erste Mal keine Nummern mehr bei den neuen iPhone-Modellen. Vom optischen her ist so ziemlich alles gleich geblieben. Das iPhone 11 hat nach wie vor 6,1 Zoll, das iPhone Pro 5,8 Zoll und das iPhone Pro Max 6,5 Zoll. Somit hat sich gegenüber den letzten Versionen nichts gross verändert. Auch die Auflösung und Display-Technologie ist beim gleichen geblieben. Was neu ist, ist beim kleinen Modell eine Dual-Kamera mit verbaut ist, analog dem XS früher. Und bei den grösseren jeweils ein Triple-Kamera mit verbaut ist. Beide setzen auf 12 Megapixel und über die Kamera etc. die ganzen Techniken könnt ihr euch auf dem pokipsi.ch-Blog ein bisschen genauer einlesen, wenn euch das interessiert. Zoom und Weitwinkel sind so zwei Stichworte. Jeweils geht es mit 64, 256 und 512 beim iPhone 11 Modell los. Soweit kommt es in den Handel. Bei den Pro-Modellen startet das Ganze mit 128, geht weiter mit 256 und 512 GB Speicher weiter. Preislich, ich setze jetzt jeweils nur bei den kleinsten Modellen an, das 64 GB Modell vom iPhone 11 wird bei 809 Schweizer Franken starten. Das 64 oder das kleinste Modell, besser gesagt eben nicht 64, sondern unter 28 GB Modell vom iPhone Pro wird bei 1199 Schweizer Franken starten. Und wenn ihr bei der grössten Version, dem iPhone Pro Max, in der kleinsten Speicherstufe startet, 128 GB sind das Schweizer Franken 1299. Natürlich werdet ihr morgen oder jetzt schon in diversen Medien natürlich über das grösste, das iPhone Pro 512 GB Max zu lesen haben, denn das ist für 1719 Schweizer Franken im Markt angekommen. All die Zwischenstufen könnt ihr natürlich auch nachlesen. Ist alles fein säuberlich verlinkt in den Shownotes, wie sich das natürlich auch gehört. Übrigens im Pogipsi.ca Blog haben wir einen Sammelbeitrag über die ganzen oder über die ganze Keynote plus einzelne Beiträge zu Apple Arcade, Apple Watch, Apple TV etc. zum Nachlesen und weitere Folgen auch in den nächsten Tagen, denke ich doch mal. Aber da gehen wir weiter. Die Apple Watch wurde in der Serie 5 vorgestellt. Was gibt es da Neues zu sagen? Es bleibt bei der Grösse, also 42 und 44, äh 40 und 44 Millimeter Uhren gibt es. Was neu ist, es kommt ein neues Material dazu, zu Aluminium, zum Edelstahlgehäuse und dem Chromium, äh dem Chromium, dem Keramik aus dem letzten Jahr gibt es jetzt neu auch ein Titaniumgehäuse. Wer das möchte, kann sich also jetzt auch mit neuen Materialen eindecken. Nach wie vor ist es ein OLED Screen, der 440x440 Pixel auflöst und 1,78 Zoll gross ist, also gleich wie der vierte Generation der Apple Watch. Der Speicher bleibt nach wie vor bei 16 GB und neu, das wird einige freuen, ist dieses Display, was ihr habt. Always on heisst, ihr bekommt immer was zu sehen, auch wenn die Uhr nicht gegen euch gerichtet ist. Ein Ding, das ich wahrscheinlich erst dann verstehen werde, wenn ich es auch selber habe. Im Inneren tickt ein neuer S5 Prozessor, passend zu der Series 5, der zum einen performanter ist, um ein bisschen mehr Speed zu geben, ein paar neue Möglichkeiten rein zu bekommen und natürlich auch ein bisschen akkuarmer laufen soll. Somit will die Uhr neu bis 18 Stunden funktionieren im Dauerlauf. Das ist natürlich eine Hausnummer und wird sich dann bei den ersten eigenen Tests logischerweise zeigen. Bei den Preisen startet das Ganze, und da muss man noch dazu sagen, die Uhr gibt es neu auch mit GPS und einem Kompass. Somit gibt es zwei verschiedene Modelle, einmal die Series 5 mit GPS und dann die Series 5 mit GPS und Cellular. Und da komme ich eben zu den Preisen. Die normale GPS-Version startet ab 449. Diejenige, die auch Cellular, also eben Telefonieverbindung, also Internetverbindung hat, bei 549. Das sind die 40 mm Modelle. Wenn ihr auf die 44 mm, also eher die männliche Version, davon gehen möchtet, um jetzt da nicht jemandem zu nahe zu treten, müsst ihr nochmals 30 Franken jeweils mehr obendrauf legen. Die Distanz war auch schon grösser und finde ich sehr, sehr sympathisch. Solltet ihr übrigens auf Titanium-Gehäuse setzen möchten, dann müsst ihr schon bei 849 Schweizer Franken starten. Das ist ein bisschen weiter oben angesetzt. Neu gibt es von Apple auch das iPad. Und zwar das in der siebten Generation. Da wurde ein bisschen was geschraubt, nämlich an der Größe. Bis anhin hat das iPad damals gestartet mit 9,7 Zoll. Neu kommt das normale iPad mit einer Größe von 10,2 Zoll und einem Retina-Display daher. Mehr Power ist auch drin. Logischerweise neuer Prozessor. Nicht neuer, sondern für das iPad neuer. Der AC Fusion kommt zum Einsatz. Und ist ab dem 30. September diesen Jahres erhältlich. Das gilt übrigens auch für die Apple Watch, die ich vorhin genannt habe. Preislich liegt das Ganze bei 379 Schweizer Franken. Und das wird dann besonders sexy, wenn man bedenkt, dass jetzt das Tablet auch die Schnittstelle hat für die Tassatur, damit man sie nicht mehr über Bluetooth connecten muss, sondern über Docking, über die Docking-Station geht und eben auch stiftkompatibel ist. Und das nicht nur mit dem Apple-Stift, sondern auch zum Beispiel den Logitech Kryon. Und somit dann ein gutes und tolles Gerät für die Schule hat und zum Lernen etc. Oder für meine zweite Tochter zum Zeichnen, wie sie es fleissig nutzt. Weiter ging es natürlich, was hatten wir noch? Genau, Dienstleistungen. Apple ist eingestiegen, unter anderem heute Abend mit Apple Arcade. Das ist das Spiele-Abo, was Apple anbieten wird. Über 100 Spiele, kuratiert von Apple, sind damit drin, die man spielen kann. Auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem iPod Touch, auf dem MacBook und auf der Apple TV. Also überall, auf allen Plattformen, was das Apple-Universum anbelangt. Und ja, in einem separaten Blogpost haben wir euch auch schon die ersten paar Spiele vorgestellt. Und was mich da besonders überrascht hat, nach den ersten Gerüchten war ich ja noch sehr skeptisch. Der Preis ist wirklich unschlagbar. Für sechs Schweizer Franken bekommt ihr eben, wie gesagt, über 100 Spiele auf die jeweiligen Plattformen gestreamt und, äh, also gestreamt zum Downloaden und zum Spielen. Was ich noch besonders toll daran finde, ist Family Sharing. Heisst, für die sechs Schweizer Franken kann jeder in der Familie mitspielen. Das ist natürlich eine Ansage für all die anderen Streaming- und Gaming-Angebote, die es sonst so auf dem Markt gibt. Auch hat Apple da gleich weitergezogen bei Apple TV+. Nach wie vor ein Name, der für mich komisch ist, aber ja, man wird sich daran gewöhnen. Die ganzen Angebote, die Apple hat, unter anderem mit Schauspielern und Regisseuren wie Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, J.J. Abraham, etc., 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 das ganze Angebot an Sendungen, Serien und, ähm, ja, Morningshows, etc., wird ab dem 1. November auf den Markt kommen in über 100 Ländern. Und auch da wieder, unschlagbarer Preis, sechs Franken pro Monat, kann man da oder darf man da investieren. Der erste Monat ist kostenlos und alles, was danach kommt, ja, kostet euch eben, wie gesagt, die sechs Franken. Ausser, ihr kauft ein neues Apple-Device in den nächsten ein, zwei Monaten. Der genaue Zeitraum habe ich nicht im Kopf und ihr bekommt das erste Jahr komplett kostenlos Apple TV Plus obendrauf. Also, eine neue Apple TV kaufen, sofern ihr noch keine habt. Denn auch die wurde geupdatet mit einem kleinen, aber feinen Update, somit ist auch die Apple TV in der fünften Version angelangt. Das waren es, die Neuigkeiten, die Apple heute Abend da rausgehauen hat. Einmal etwas anderes und etwas Spezielleres hier in der Geek Talk Daily. Wer ein bisschen mehr möchte und vor allem auch die Meinung vom Jan und vom Achim dazu haben will, der darf gerne auf Ende der Woche reinhören. Wir werden am Freitag eine Geek Talk News Folge dazu veröffentlichen oder besser gesagt aufzeichen und dann möglichst schnell auch veröffentlichen. Und da werden wir dann, wenn die ganzen Informationen ein bisschen gesagt sind, darüber sprechen. Vielleicht kommt noch das eine oder andere raus, was ich natürlich hier jetzt in der, ja, ich will nicht sagen Euphorie, aber im schnellen Nichter drin hatte. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören. Bin mal gespannt, wie das ankommen wird. Euch eine gute Nacht und morgen früh mit der Daily einen guten Start in den Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.